mehr kann man anscheinend nicht machen aber leider willkommen zu einem mokoko guide und zwar auf der orvis indel und hier gibt es ganze zwei mokoko samen die ihr hier unten bekommen könnt so bist du hier unten einfach hinlaufen hier das lied der resonanz spielen damit sich diese statue bewegt dann in secret gehen und die zwei mokoko samen hier einfach einsammeln so einfach ist es leute das war der mokoko guide für die orvis insel wenn es euch gefallen hat das gerne daumen nach oben da ansonsten sind wir uns im nächsten video hau da rein und ciao